Musik 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 Ganz Osnabrück sozusagen mit diesen ganzen Selfies zeigt, dass Rassismus hier eigentlich keine Rolle spielen sollte Musik 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 Ich finde die Selfie-Aktion gerade deshalb gut, weil es viele Jugendliche anspricht und die Jugendlichen selber anfangen nachzudenken und vor allem ihre Freunde auch dazu motivieren können Musik 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 Ich finde die Selfie-Aktion wichtig, weil in Osnabrück das immer wieder Thema ist, zum Beispiel jetzt ein Flüchtlingsheim aktuell Musik 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 Also ich fand an der Selfie-Aktion besonders schön oder besonders toll, dass wirklich jeder mitmachen konnte. Musik 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 Musik